Sebero Review, wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Dark Blend Preis. Setup Empfehlung, Funnel, Meerloch, wie ihr wollt. Wenn Funnel, wäre Setup Empfehlung aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. Ich habe mir den Buratino geschnappt und das soll eine reife Birne mit einer spritzigen Guave sein. Und so sieht der Kopfball vom Buratino aus. Leicht fluffig gebaut, ein bisschen angedrückt. That's it. Der Buratino soll ja Birne sein und so einen Hauch Guave noch enthalten. Und ich muss sagen, die Birne hier sehr süß. Und eigentlich dachte ich, dass die Guave das so ein bisschen mit rausnimmt, ist aber hier gar nicht so. Guave wirklich sehr leicht wirklich im Hintergrund, also so eben wie die Beschreibung das auch sagt. Ich finde, der ist sehr lecker. Also wer es richtig Bock hat auf so eine süße Birne, der könnte der Burato wirklich was sein. Für mich der Buratino übrigens, ach Digga, übrigens, für mich der Buratino auch ein guter Flavor, aber nicht mein Lieblingsflavor von Seborow. Er ist lecker, er ist eine süße Birne. Ich finde die Süße auch sehr intensiv, den Birnenflavor aber nicht so überintensiv. Die Guave schmeckt man auch raus und kontert das ein wenig, aber wie hast du schon gesagt, bleibt der auf jeden Fall trotzdem sehr sehr süß. Also für mich ein guter Flavor, aber haut mich jetzt nicht geisteskrank rum. Ja, ich muss mich da anschließen. Süße Birne. Die Guave könnte für meinen Geschmack auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Die ist wirklich nur ganz leicht im Hintergrund und dadurch bleibt der Flavor hauptsächlich süß. Aber grundsätzlich ein sehr solider Flavor. Ich finde es gut, dass es eine authentische Birnennote ist und könnte mir ganz gut einen Mix vorstellen. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo dalassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.